Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alman Arabica. Bonjour, salut, moin, moin, merhaba oder auch einfach nur guttack in eure freundlichen Ohren. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr den wundervollsten Start in die Woche hattet. Wir können es jetzt nur schlechter machen, tatsächlich. Ja, wie immer. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ihr hört schon im Hintergrund das Geknarrscher meines Podcast-Kollegen. Es ist natürlich, Karl, hallo, Karl. Grüße, Grüße, Grüße. Wie geht's dir heute? Ja, frisch und fröhlich aufgewacht, frisch und fröhlich aufgestanden. Jetzt eine große Tasse Hibiskustee vor mir und bereit, die Welt ein wenig besser zu machen. Ja, also da bin ich natürlich dabei. Karl ist heute schon ein bisschen, heute ist Content-Tag für uns. Also was heißt für uns, mehr oder weniger, mehr oder weniger, ja doch für uns. Denn heute findet während der Aufnahme um 21.15 Uhr ein Gespräch zwischen dem Parabelritter und mir statt. Auf Twitch werden wir heute machen. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, wenn die Folge rausgekommen ist. Ansonsten guckt es bitte auf, oder könnt es auf YouTube nachgucken, wenn es dann hochgeladen wird, einen Tag später. Ja, also heute im besten Fall. Und da wird einfach mal, da wird, vielleicht wird die Wokeness von meinem Kanal heute beendet. Ich habe das gestern schon angekündigt, ich habe gesagt, es kann sein, dass die Wokeness von meinem Kanal dann heute weg ist. Also heute ist, es kann sich alles drehen. Es kann sein, dass Wokeness einfach gänzlich verschwindet. Dass heute Abend endlich Wokeness ausradiert wird. Ja, heute wird sie bekämpft. Ich hoffe ja, diese linke Selbstbezeichnung. Ich hoffe ja, dass mit einer spontanen Zuschalte von Alicia Joe, da hoffe ich persönlich drauf, dass ihr so nach einer halben Stunde an den Punkt kommt, wo ihr euch beide fragt, okay, aber... Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und dann, dass dann einfach auch mal eine Expertin gefragt wird, was Wokeness eigentlich ist. Ja. Naja, das ist halt vor allen Dingen eine linke Selbstbezeichnung, ja. Also die Woken den ganzen Tag dennen sich auch die Woken, ne? Ja. Selber schuld. Ja, ja. Ich bin zum Beispiel... Selber schuld. Das ist wie die Angriffe auf die Grünen, die haben sich auch ausgesucht. Ich bin Woken. Hashtag ich bin Woken. Ich bin Woken. Hashtag Reclaim. Reclaim Wokeness. Reclaim Wokeness. Reclaim Wokeness. Oh mein Gott. Unter dem... Das klingt wie... Das klingt zu nah an der Realität, ehrlich gesagt. Mich würde das echt nicht wundern, wenn irgendjemand auf den glorreichen Gedanken kommt, Reclaim Wokeness zu einem Ding zu machen. Ich kann euch nur schon mal direkt sagen, ohne mich. Dann. Ne, da würde ich mich jetzt auch erstmal von distanzieren, muss ich sagen. Also ein erster... Also das erste, was ich denke, ist nicht, ja. Ich denke eher nicht, nee. Ich denke, nein. Ne, ich denke auch. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, der Zug Wokeness ist abgefahren. Ich habe ja einige Gespräche geführt mit einigen Leuten in den vergangenen Wochen. Auch auf der Suche nach der Wokeness quasi. Und dass das wirklich, also das Erstaunliche ist, dass diese Einschätzung nicht nur mir so geht. Also auch auf der, ich sag jetzt mal Gegenseite, ich sag jetzt einfach mal Gegenseite, findet man relativ wenig Konkretes zur Definition von Vogue. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich so ein leerer Begriff, der so holzleer in den Raum gehustet wird. Und dann hofft man einfach, dass alles schon, dass alles schon... Also ich habe da eine Definition für tatsächlich, als Experte. Ja, okay. Ich sage immer, Vogue ist alles, was links von den Konservativ-Rechten ist. Alles. Vogue ist alles, was mir nicht gefällt, sag ich immer. Ja, oder alles, was dir nicht gefällt. Beispielsweise diese eine Frau, die diesen Laden gegangen ist und dieses Schnitzel genannt hat. Warum haben wir da nicht... Das ist auch Vogue. Vogue ist auch, wenn jemand vegetarisch ist, dann ist man auch Vogue. Ist auch Vogue. Oder wenn man sagt, nee, komm, also Windkraft ist schon ganz okay, oder nicht? Ist auch Vogue. Nee, ist Vogue. Oder Gendern ist auch Vogue. Solarkraft ist auch Vogue. Ja, zu lange Haare ist Vogue, als Mann. Ja. Zu lange Haare. Ja, ja, ja. Endlich, endlich. Wenn man sich als Mann die Fingernläge lackiert, ist das Vogue. Naja, und ein bisschen und noch anderes ist das dann noch. Aber ich würde sagen, ist auch Vogue. Und wenn man schwul ist, ist man auch Vogue. Ja, das ist auch, weil man es sich aussucht. Das wissen die nur alle nicht, dass man sich das aussuchen kann mit der Homosexualität. Die haben überhaupt keine Ahnung. Und die suchen sich damit aus, Vogue zu sein quasi. Und das ist für mich Vogue, weil mir das nicht gefällt in dem Fall. Und wenn man sich an die Straße klebt, ist das auch Vogue. Ja, ja. Aber wenn man... Das muss aber auch differenzieren. Landwirte würde ich jetzt nicht Vogue nennen. Ja, aber Spaß beiseite. Die sind wirklich... Das ist ganz interessant, weil das wird dir wahrscheinlich auch bei dem Gespräch heute Abend helfen. Diese Erkenntnis, zu der ich in den letzten anderthalb Wochen gekommen bin. Ja. Ich habe festgestellt, dass super viele im Selbstverständnis sich eher so links sehen würden. Also super viele sind so, ja, ich bin linksliberal. Ich bin eigentlich so komplett schon immer mein ganzes Leben lang in der Selbstwahrnehmung links gewesen. Und jetzt komme ich an diesen Punkt in meinem Dasein, wo ich rechts genannt werde. Und ich verstehe es nicht. Und ich werde rechts genannt. Vielleicht waren die ja nie links. Oder, und das ist eher so mein Ding, oder, dass diese, nennen sie jetzt mal akademische Linke, die online stattfindet, ist in einem dermaßen progressiven Tempo unterwegs, dass ganz, ganz viele, die eben nicht im Thema sind, gerade was so diese eher moderne, identitätspolitische Linke angeht, also Individualrechte, Selbstbestimmung, Queerrechte, verstehen das einfach alles nicht. und, und haben da viel zu viele Fragen und sind jetzt an dem Punkt, dass sie sich nicht mehr trauen, die zu stellen, weil sie, weil sie halt nicht als rechtsextrem gelten wollen, was ja eine absurde Angst ist. Und sind deswegen so auf Konfrontationskurs und benutzen Vogue als, als Füller, weil sie selber nicht so ganz verstehen, was da jetzt eigentlich Sache ist. Und, nee, das klingt, das klingt zu kompliziert. Das klingt sehr kompliziert. Das klingt nach zu vielen Gedanken. Ja, aber ich glaube, das ist, ich glaube, ich glaube, diese Gedanken passieren unterbewusst. Also, dass da, dass natürlich werden die jetzt nicht so konkret, äh, in, in den, in den. Das würde ja bedeuten, dass die Leute, dass die Leute, äh, den Kampfbegriff Vogue benutzen. Ja. Ähm, weil sie sich, weil sie als ehemalige Linke von den neuen linken progressiven Themen überfordert fühlen. Ja, und das macht ja auch, also das, genau darüber schreibt ja auch Sarah Wagenknecht. Wenn du das, wenn du das Buch von Sarah Wagenknecht liest, ne? Ja, aber Sarah Wagenknecht hat ja nicht recht. Nein, Sarah Wagenknecht ist rechts, aber das ist ja nicht recht. Also, das muss, da müssen wir mal ja ganz kurz, da müssen wir mal ja ganz kurz innehalten, ja. Ich glaube aber, Sarah Wagenknecht trifft, äh, äh, trifft, äh, trifft, ähm, ähm, ne, ne Lebensrealität. Ich glaube, Sarah Wagenknecht trifft diese Lebensrealität von Leuten, die sich ihr gesamtes Dasein irgendwie so ein bisschen eher auf der guten Seite gesehen haben. Also, nicht, man, das ist ja auch so eine Sache, ne, also ich würde mal sagen, in der, in der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung könnte man schon sagen, dass so links als gut zählt und rechts als böse. Das ist so, so mal ganz simpel, ne? Ja, ganz, genau, genau. Und, würde ich auch sagen. Ich glaube, die meisten Menschen sehen sich einfach nicht als, als schlechte Menschen. Wie, warum denn auch, ne? Die meisten Menschen sind ja nicht schlecht. Und, ähm, mittlerweile... Ne, die Ausländer sind die schlechten Menschen. Genau, ja, darüber, über die sprechen wir bitte hier nicht, ne? Das ist, äh, die sollen einfach nur raus, so schnell wie möglich. 300.000 jedes Jahr. Und die sind, und die verstehen jetzt einfach ganz, ganz viele Dinge nicht. Und, ähm, jetzt kommt, jetzt kommt der Kritikpunkt dann auch an, an, äh, an Leuten wie mir, die im Internet dafür so, 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 sich, sich Aufklärung auf die Fahne schreiben. Ich glaube, dass wir auch einen zu heftigen Drang zur Perfektion haben. Also, nee. Also, ich, ich, ähm, ich bin ja das Gegenbeispiel. Ja. Also, ich bin ja, ich bin ja dieser, äh, als du noch, als, 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 als du schon, äh, den, den Kampf gegen Fleischesser auf Twitch geführt hast, da war ich ja noch, da war ich ja noch in einem, äh, in einem Beef-Placement. Da hab ich ja noch, da hab ich ja noch einen Don-Karne-Placement gehabt. Ja. So, das ist, also, ich bin ja wirklich auf der, äh, wenn es darum geht, auf der Woken-Agenda, äh, bin ich ja auf einer anderen, bin ich auf der anderen Seite des Signals, ne? Aber Woke. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn man, wenn es darum geht. Und ich kann ja sagen, äh, dass das keine Rolle spielt. Also, egal wie, 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 wie zurückgerichtet links, wenn man das so nennen darf. Ja. Oder wie konservativ links man seine Einstellung oder diese Einstellung nennen würde, das hat nie dazu geführt, dass diese Leute mich nicht Woke genannt haben. Ja, ja. Nee, aber das, die, die, also die andere Seite des Woken, die hat ja noch mal, also da sind wir ja noch mal auf einer ganz anderen Linie unterwegs, ne? Also, das sind ja einfach Leute, die, egal bei wem, da gibt's ja zwei Strömungen, ne? Also, es gibt ja, es gibt ja die, die Rechten und, und dann auch bedauerlicherweise Rechtsextremen. Und die benutzen Vogue einfach nur als Füller für links, ne? Also, die sagen einfach nur, ey, links zu kritisieren ist jetzt eher so eine schlechte Idee. Also, da haben wir, da fallen wir einfach mit auf die Schnauze, weil die Leute das irgendwie so unterbewusst mit gut verbinden. Und deswegen sprechen wir nicht gegen links, sondern gegen Vogue. Und damit können mittlerweile alle ein bisschen was anfangen. Aber auch du... Oder gegen die Grünen. Ja, ja, aber genau, aber auch du hattest ja Punkte, und das auch schon vor drei Jahren mit Don Kane, da hattest du ja Punkte, die weit über dem Durchschnitt progressiv sind. Und die man dann ablehnen konnte als Rächter. Nee, also progressiv, also das war ja nicht progressiv. Du kannst ja heute, wenn du heute Christian Lindner zuhörst, ja, der sich selber leidenschaftlicher Jäger nennt. Ja. So, dann wirst du die Talking Points ja easy verbreiten können. Nämlich, also, ich esse ja nicht das billige Fleisch, sondern nur die Wurst, die gut ist. Genau. Das ist ja, damit holst du ja alle ab. Man sollte meinen alle, außer die, die dann halt überhaupt nicht im Konsum von Tierprodukten sind. Ja. Aber das ist, also, ich sage dir, das hat keiner, das hat nicht dazu beigetragen, dass ich, ähm, also, das hat jetzt nicht wirklich, also, vielleicht hast du recht, vielleicht wurde ich trotzdem Vogue genannt. Also, deswegen wurde ich trotzdem, obwohl, nee, Gutmensch wurde ich damals genannt. Das ist ja das, der deutsche Begriff dafür ist ja Gutmensch. Social Justice Warrior, das ist ja alles das Gleiche. Links, grün, versift, wie auch immer. Also, die Rechten, die benutzen Vogue ja nochmal ein bisschen anders. Aber ich hoffe einfach, vielleicht ist es auch einfach nur Kopium, ne? Kann auch echt sein, dass ich mir angeguckt habe, was dieses Jahr alles für Landtagswahlen sind. Und das, und realisiert habe, dass nächstes Jahr Bundestagswahlen sind. Und dass wir erstaunlich nah an dem Punkt sind, wo mein Papa mich eigentlich irgendwie 35 Jahre darauf vorbereitet hat. Junge, irgendwann werden die Faschisten zurückkommen. Halbe Voldemort. Ja, ja. Wo wir wieder bei Hogwarts Legacy wären. Wo wir wieder bei Hogwarts Legacy wären. Und das ist auch ein gutes Thema. Also, legit ein gutes Thema. Ähm, weil, weil du dann gerade in diesem Internet, in diesem Internet, Kosmos, an den einen oder anderen Punkt gekommen bist. Unter anderem bei Hogwarts Legacy, wo die Kompromissbereitschaft einfach nicht vorhanden ist. Wo du, und mit Kompromissbereitschaft meine ich nicht, lass uns mal Menschenrechte ausdiskutieren. Sondern, lass uns mal, lass uns mal ausdiskutieren, wie wir mit Menschen umgehen, die aus welchen Gründen auch immer aufklärerisch noch nicht da sind, wo wir sind. Was meine ich damit? Aber das konnten sie noch nie, das hat noch nie funktioniert. Aber das Internet macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Das Internet ist ja auf Steroiden. Ich denke, ich hab mir das ein bisschen so erklärt. Also, wenn du, wenn du Malcolm X liest, oder, oder Dr. Martin, Dr. King. Diese Wurken. Die Wurken der 60er. Wenn du, wenn du, wenn du da liest, dann wirst du feststellen, dass es auch damals eine akademische Linke gab. Also schon immer gab es eine akademische Linke. Leute, die weit über dem Durchschnitt der Gesellschaft progressiv gewesen sind und die intern über Dinge diskutiert haben, die, wenn sie an die Öffentlichkeit gelangen würden, erstmal auf Unverständnis stoßen. Das gab es schon immer. Und das ist absolut notwendig. Also, du brauchst ja Leute, die ihre Privilegien nutzen, um sich mit Themen zu beschäftigen und zu Erkenntnissen zu kommen, zu denen man nicht kommt, wenn man jetzt ein 9-to-5-Leben führt. Und das Internet sorgt ein bisschen dafür, dass diese Debatte öffentlich stattfindet und dass Menschen partizipieren, die da vielleicht gar nicht partizipieren sollten. Und dabei meine ich jetzt nicht, ey, hört auf, euch Gedanken zu machen über Gesellschaft und so. Und hört auf, euch Gedanken darüber zu machen, wie wir uns irgendwie ein bisschen besser machen könnten. Sondern da sind Leute, die, und dann gehen wir jetzt einfach mal zu Hogwarts Legacy, aus einer guten Absicht heraus, zu Schlüssen kommen, die jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht gar nicht richtig gewesen sind. Also, wie war das bei Hogwarts Legacy, um da konkret zu werden? Wir wissen alle, dass J.K. Rowling eine transfeindliche Agenda verfolgt. Die hat irgendwann 2018 oder so, hat die angefangen, Lack zu saufen. Oder? Ja, die ist einfach im Ovi-Markt hängen geblieben. Oder? Mit der Dauerkarte, in der Jahreskarte. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Die war im Baumarkt und hat gesagt, sag mal, haben sie ja auch Waschperlen? Und dann hat sie das irgendwie mit einer Kaffeebar verwechselt. Genau, hat sie dann Waschpots gefressen. Ja, und dann haben die Leute angefangen, das irgendwie wahrzunehmen. Und richtigerweise festgestellt, ey, Junge, den Menschen sollte man jetzt irgendwie nicht mehr plattformen. So, das sollte, die hat echt nichts Gutes im Sinn, ne? Die ist sehr, am Anfang war sie einfach nur so ein bisschen unverständlich. Und dann wurde das relativ schnell unangenehm. Und mittlerweile sind wir ja in einer echt absurden, radikalen Ablehnung. Und die geht so weit, dass Dinge negiert werden, die so als geschichtshistorisch einfach Fakt gelten, ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was sie irgendwann letzte Woche gesagt hat, dass nie irgendwelche queeren Aufklärungsbücher von den Nazis verbrannt worden wären, ne? Da hat sie, da wurde sie darauf aufmerksam gemacht, weil sie ja immer versucht, also so ihr Ding ist es ja, Transmenschen existieren gar nicht, ne? Das ist irgendwie so ein moderner Trend und, ähm... So ein Hype. So ein Hype. Und deswegen werden die Menschen alle trans. Und zu dieser Geschichte gehört eben auch, deswegen gab's die noch gar nicht früher. So, und immer, wenn man ihr jetzt sagt, nee, also Transmenschen gibt's eigentlich schon so lange, wie es Menschen gibt. Nicht, dass das jetzt irgendein Punkt wäre für irgendwas. Aber das ist sehr normal, ne? Also ob sie... Es würde ja keine Rolle spielen, ob das jetzt irgendwie neu erkenntlich ist. Es wurde gesellschaftlich nur unterdrückt, genauso wie diese Homosexualitätssache. Das wurde halt abhängig von der Gesellschaft, die man gefragt hat, wurde das halt mal bestraft, mal ausgepeitscht, mal nicht thematisiert, mal totgeschwiegen, mal wurdest du tot gemacht. Genau. Ja. Genau. Ja. Und dann sagt sie, nee, die gab's nicht, ne? Also das ist einfach falsch. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, aber das stimmt doch gar nicht. Und dann recherchiert man oder weiß das schon und stellt fest, dass die Bücher, die Bücherverbrennungsbilder, die man kennt von den Nazis, ne? Die kennen wir ja alle. So, alle haben schon mal diese Bilder gesehen von den SA-Truppen, die im Kreis ab Hitlern dastehen und in der Mitte ist halt ein riesiger Berg von Büchern. Büchern, der brennt, ja. Oder brennt. Ja, ja, und alle denken, ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche Judenbücher oder so, die da brennen. Dabei sind diese Bücher, die wir eigentlich so aus der Geschichte kennen, die verbrannt worden sind, die von der allerersten Bücherverbrennung unter den Nationalsozialisten, das war Mai 1933 und da wurde das Institut für Sexualwissenschaften gelootet, um mal im Gaming Terminology zu bleiben. Und da haben die einfach alle Bücher verbrannt, die von dem homosexuellen Juden aus dem Institut für Sexualwissenschaften angefertigt worden sind. Und da waren mitunter für damalige Verhältnisse bahnbrechende Erkenntnisse auch zum Transsein. Der Mann hat beispielsweise das Wort Transsexualität geprägt. Da wissen wir ja heutzutage, ey, guck mal, sollte jetzt nicht mehr verwendet werden. Vieles davon ist auch nicht mehr auf dem Stand 2024. Aber nichtsdestotrotz wurden da beispielsweise die ersten geschlechtsangleichenden Operationen durchgeführt. Und da wurde dokumentiert, dass beispielsweise die meisten Transvestiten, so nannte man die Transmenschen damals noch, den Wunsch haben, sich kastrieren zu lassen. Also alles Dinge, die wir heute sehr gut einordnen können, die für damalige Verhältnisse gänzlich bahnbrechend gewesen sind. Und das wurde alles verbrannt. Das war die Bücherverbrennung, die wir so alle von Bildern kennen. Und dann stellt man fest, ja, natürlich waren jetzt Transmenschen nicht die Nummer eins Opfergruppe der Nazis. So, wenn wir über den Holocaust sprechen, sprechen wir natürlich in erster Linie, ohne da jetzt Leid gegeneinander aufwiegen zu wollen, über die systemische Vernichtung des europäischen Judentums. Nichtsdestotrotz gab es ja andere Opfergruppen. So, die Nazis hatten ja die unterschiedlichsten ideologischen Feinde. Und die wurden alle verfolgt. Und bedauerlicherweise auch alle getötet. Und da waren eben auch Transmenschen drunter. Wie viele, kann man nicht so ganz sagen, weil die eben alle als Schwule vergast worden sind. So, und dann, spätestens dann kommt man ja an den Punkt, wo man sich fragen muss, okay, warum negiert die das? Warum sagt die, du erzählst dir irgendwelche Quatschgeschichten? Und der Grund dafür ist klar, das passt einfach nicht in ihre Geschichte. Wenn sie halt rumrennt und erzählt, Transmenschen gibt's gar nicht, dann kann's die auch 1933 noch nicht gegeben haben. Und J.K. Rowling, um da den Punkt dann dazu zu schließen, ist eine transfeindliche Quatschtante, die nur blöden Unsinn erzählt und bedauerlicherweise Harry Potter geschrieben hat. Und Harry Potter ist ein Franchise, das sehr, sehr vielen Menschen sehr gut gefällt. Und dann gibt es Menschen, die dann zu der Zeit die Brücke geschlagen haben und gesagt haben, ey, wäre doch eine geile Geschichte, wenn wir auch auf dieser wirtschaftlichen Ebene diesen Menschen boykottieren würden. Wenn wir sagen würden, hey, pass mal auf, überall, wo dieser Mensch irgendwie mitverdient, da sollten wir nicht partizipieren. Und dann kam dieses Videospiel raus und Videospiele und Twitch und YouTube, oh, das passt gut zusammen, weißt du. Und dann kann man da einen richtig geilen Kampf draus machen. Und der wurde auch draus gemacht. Und dann haben wir uns alle hingestellt, also du nicht, aber ich war da mit dabei und hab gesagt, wer Hogwarts Legacy spielt, der hat's ja nicht mehr alle. Und dann haben einige gesagt, ja, das ist ein transfeindliches Spiel. Und dann haben einige gesagt, ey, ja, und wenn man das unterstützt und wenn man das kauft, dann ist das auch das Unterstützen von Transfeindlichkeit. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo wir eine Grenze überschritten haben, die wir besser hätten aufklärerisch ausdiskutieren sollen. Ja, also es war ein, also ich weiß gar nicht, tatsächlich weiß ich gar nicht, ich glaube, das hat sich während der Debatte bei dir noch geändert. Im Rahmen der Entwicklung. Und dann hat man, also dann hat man ganz einfach gemerkt, da ist eine Akteurin dazugekommen, die einfach vollkommen die Kontrolle verloren hat. Und ein bisschen drüber war, ein bisschen zu weit drüber. Und dann hat man sich wieder auf sie eingeschossen, du weißt, wovon ich rede. Ja, bei mir, der Grund, warum sich bei mir der Wind gedreht hat, war tatsächlich ein anderer. Aber ich hatte, wir haben eine Talkrunde gesehen von Transmenschen, die über das Thema gesprochen haben. Und die saßen da alle und haben gesagt, na, ich sehe jetzt eigentlich nicht so das große Problem, wenn du das Spiel spielst oder so. Sondern es geht mir halt viel mehr um die Aufklärung dahinter. Und darüber, dass dieser Mensch, also J.K. Rowling, mit politischen Mitteln und mit Geld versucht, uns die Rechte zu nehmen. Und das gelingt dir. Und das ist das Problem. Und nicht dieses dämliche Zaubererspiel. So, und da haben... Wingardium Liviosa aus deinem Paypal-Account. Genau, und dann Wingardium Liviosa aus dem Paypal-Account. Und dann habe ich glücklicherweise festgestellt, aber auch viel zu spät, dass man sich irgendwie nicht hinstellen sollte und sagen sollte, ey, Kimi, kleine Drecksau, wenn du Hogwarts Legacy geil findest, weil du ein kleiner Zauberer-Fan bist von Harry Potter, dann bist du ein Trans-Fan. Weißt du? Und das ist so die Message, die bei vielen angekommen ist. Ob das jetzt so gesagt worden ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber das war die Wahrnehmung. Du hast ein Phänomen, dann hast du einen aufklärerischen Aspekt innerhalb eines popkulturellen Rahmens, also in dem Fall einem Videospiel. Und Leute sagen, spiel das nicht. Ohne zu erklären, warum. In deren Wahrnehmung. Und besser wäre es ja wahrscheinlich gewesen, wenn wir das Ganze... Wusstest du eigentlich, dass J.K. Rowling... Jedes Mal, wenn du ein Zauberer machst, wusstest du eigentlich, dass J.K. Rowling das gesagt hat? Wusstest du eigentlich, dass J.K. Rowling das gesagt hat? So, ich glaube, das ist interessanter. Genau. Und ich glaube, was interessanter gewesen wäre, wäre tatsächlich, dass... Da muss ich jetzt dem Gaming-Opi so ein bisschen in der Retro-Perspektive zustimmen. Besser wäre es ja gewesen, wenn jemand wie Gronkh, der sich mit so gesellschaftlichen und politischen Themen auf einer fundamentalen Ebene auseinandersetzt. Also der steht sehr oberflächlich für das Gute. Wenn ich so an Gronkh denke, dann ist das jemand, wo ich jetzt keine Gregor-Gysi-Analyse der Außenpolitik erwarte. Sondern so ein sehr fundamentales, ey, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben. Wie cool wäre das denn? Und der auch dafür arbeitet, dass das so wird. Ohne sich jetzt da en detail mit zu beschäftigen. Wenn ich an Gronkh denke, ist das Letzte, an das ich denke, Menschenhass, Ablehnung und Transfeindlichkeit. Und in seiner Welt wäre es wahrscheinlich wirklich nice gewesen, wenn er dieses verfickte Spiel gespielt hätte. Und währenddessen halt Geld gesammelt hätte für eine Pro-Queer-Orga. Und dann hätte man ihm irgendwie den Raum geben können, sich innerhalb dieser Thematik, die aufgekommen ist, mit J.K. Rowling zu beschäftigen. Und aufgehangen wurde sich an dem Satz, darf mir J.K. Rowling egal sein. Und jetzt, wenn ich, ich glaube es sind über zwei Jahre, die das hier ist, oder? Oh ja, das ist auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, es ist zwei Jahre her, ja. Ich gucke einfach mal, Hogwarts Legacy, einfach nur, einfach nur spaßeshalber. Hogwarts Legacy, okay, ist genau ein Jahr her. Oh lol. 10. Februar 23. Also ziemlich genau ein Jahr. Und der Aufhänger, der Aufhänger, aber auch in meiner Wahrnehmung ist auch sehr viel länger her. Der Aufhänger war, dass er genau das gesagt hat. Darf mir J.K. Rowling egal sein. Und dann kamen Leute und haben gesagt, nein, das redest du da, das ist ignorant, das ist mitunter transfeindlich. Und das sehe ich mittlerweile anders. Ich denke, dass das ein Ausspruch gewesen ist, dem ich gar nicht mehr zustimmen könnte. Wie geil wäre denn das, wenn J.K. Rowling egal wäre. Und ja, Gronkh, J.K. Rowling darf dir egal sein. Und das, was die sagt, sollte allen Menschen egal sein. Bedauerlicherweise ist das nicht so. Bedauerlicherweise haben wir noch ein bisschen was an Arbeit vor uns, wenn es um die Gleichstellung aller Menschen geht. Und daran wird sich nichts ändern, ob wir jetzt das Spiel spielen oder nicht. Sondern daran wird sich etwas ändern, wenn wir einen Teil unserer Privilegien dafür nutzen, um uns mit der Lebensrealität marginalisierter zu beschäftigen. Und dann realisieren wir automatisch. Weil das ja, Gronkh ist ja ein guter Mensch. Gronkh hätte automatisch realisiert, während der gesamten Aufarbeitung, dass die wirklich scheiße labert. Und dann hätte der vielleicht die Dringlichkeit gesehen, in seiner selbst oder in seinem Programm ein bisschen mehr so auf die queere Community zu achten. Ein bisschen, weißt du, so ein bisschen über den normalen Stand, der ja, ihr existiert und ihr sollt die gleichen Rechte haben und das war's für mich. Sondern halt einen Step oben drüber. So ein bisschen mehr Pro, ein bisschen mehr Regenbogenflagge. Und was wir geschafft haben mit der Kritik und mit der Herangehensart ist, dass er sich keinen Zentimeter damit beschäftigt hat. Keinen Zentimeter damit beschäftigen konnte, weil er permanent einfach nur angefeindet worden ist. Und das ist so ein bisschen... Ja, und man ihm sogar an die Anfeindung nicht geglaubt hat. Also ich, also das war ja dann, das war ja dann so der, der Höhepunkt im, im, im Stream, wo er dann darüber gesprochen hat. Ey, ja, irgendwie komisch und so, ich wollte das so und so machen. Und dann hat man ihn, oh ja, die Opferrolle und so. Ich denke, Alter, Digga, was seid ihr für Trottel, ja? Was seid ihr einfach für, was seid ihr einfach für Trottel, die es nicht schaffen? Und das ist auch so ein Problem, da muss man ganz klar und ganz kritisch umgehen. Ey, wir haben es hier ganz oft gesagt, die Linke muss endlich wieder cool werden, weißt du? Die Linke muss endlich auch wieder, weißt du, dieses Anarcho, dieses Punkige haben, ne? Als, als, als du und ich das erste Mal mit Linken zu tun hatte, ähm, die, weißt du, oh, so eine coole Weste mit so einem Anarchi-Aufnehmer drauf, ey, voll geil, Punks not dead, ey, let's go. Übel gut, übel gut. Das war viel cooler als diese rückwärts gerichteten, komischen Faschoschweine, ja? Das ist so richtig cool gewesen. Und das ist etwas, da sage ich, das muss, das muss wieder so ein Gefühl auslösen. Das ist aber immer noch so. Und das ist, oh, holy shit, alter, holy shit hat mich das glücklich gemacht, ne? Man muss ja auch wirklich sagen, ich bin in meiner Adiposität und mit meinen 35 Lebensjahren jetzt schon sehr, sehr lange raus, ne? Sehr, sehr lange. So, ich bin nicht mehr 15 leider. Und ich, all diese Erfahrungen, die man mal gemacht hat, die sind, die sind alle nicht nochmal zu erleben. Und ich glaube, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich machen wollte mit, ey, die Anti-Voken sind nicht alles Nazis, ne? Die sind, wir sind schon in einer sehr speziellen Gegend unterwegs, ne? Diese Internetkacke, so Twitch und YouTube, das ist ja nochmal eine eigene Nische in der Nische. Und gerade Politik oder Gesellschaft zu behandeln, Bruder, ich meine, wem erzähle ich das? Du hast ein eigenes News-Format. Das ist die Nische der Nische, weißt du? So fucking niemand, fucking niemand setzt sich hin und macht Medien, Medienkompetenzunterricht auf Twitch. So, als Ungelehrter. So, aber du versuchst es und machst es sensationell, einfach weil du weißt, okay, das ist das Richtige und I do my part. Und da müssen wir hinkommen wieder. So, und wenn du mit Leuten sprichst, die noch in der Realität sind, so mit Anfang-20-Jährigen, die so ihre ersten Erfahrungen draußen machen, was Politik angeht und so, ne? Oder vielleicht seit ein paar Jahren drin sind und dann diese Cross-Kontaminisation haben mit dem Internet. Bruder, die haben mir alle gesagt, ey, geh mal zu einem Infostand. Geh mal zu einem, geh mal irgendwo in fucking Leipzig in den Infostand. Junge, da ist das noch genauso, wie es vor 20 Jahren war. Ja, kommst da rein, dann siehst du halt ein fettes Anarcho-Logo an der Wand und Hammer und Sichel dahin gesprayt und dann kloppen die dir ins Gesicht, wie geil das ist, ey, und wie scheiße die Faschos sind und so. Und guck dir mal an, diese alten Säcke und diese moschelstinkenden Idioten, da guck dir mal so einen Höcke an. Und das ist, ey, das ist das Gefühl, was vermittelt werden muss, ne? Damit catchst du die Leute. Und nicht mit, du darfst ein Videospiel nicht spielen, weil die Person, die das Franchise mitunter am meisten geprägt hat, weil sie es erfunden hat, die erzählt brandfeindlichen Scheiß. Ja, ist auch mega uncool. Wenn ich schon Zö höre, denke ich schon, oh, Lehm. Ja. Viel cooler wäre es. Mega uncool einfach. Ja, weißt du, das ist halt, Anarcho-Way wäre, also, ich sage jetzt Anarcho-Way, hat nichts mit Anarchie zu tun, ne? Anarcho-Way. Bevor jetzt irgendwelche anarchistischen TheoretikerInnen hinkommen und mir erzählen wollen, dass das nichts mit Anarchie zu tun hat. Aber es hat so ein bisschen was mit Fuck the System zu tun, weißt du? So ein bisschen mit diesen coolen Protesten, den auch BLAB und so immer nach außen getragen haben mit ihrer selbst. So, ja, wie spiel das Spiel und bin ich transfeindlich? Was willst du jetzt tun, du Vogel? Halt doch dein Maul, J.K. Rowling. Was laberst du da für einen Scheiß, ey? Echt mal, und halt dein Maul, wer auch immer, und halt dein Maul, grüner Warrior 3 im Chat. Ja, so, ja. Ja, und das wäre, und je mehr ich dann darüber nachdenke, desto mehr habe ich festgestellt, Alter, es hätte auch Momente kreiert, wo Gronkh dann wirklich mal hätte zeigen können, was Sache ist. Und wo er das gemacht hätte. So, wenn die, in der einen Stelle, ich habe das Spiel nie gespielt, deswegen kann ich dir, kann ich dir nicht all detail sagen, wie weit das im Spiel ist, aber ich meine zu wissen, dass das relativ am Anfang ist, dass du auf eine Transfrau als Cainerin oder so triffst. Ja, das ist in der Mitte vom Spiel, ja. Oder in der Mitte vom Spiel. In Hogsmeade ist das, glaube ich, oder in diesem Dorf, ja. Und jetzt stell dir einfach mal vor, das passiert, das ist ja auch relativ in your face gemacht, und dann schreibt irgendeiner im Chat, ja, keine Ahnung, ob das sein muss, Junge, Gronkh hätte den lang gemacht. Ja, genau. Der hätte gesagt, die Fresse, du dumme Sau! Die Fresse, du Bastard, was willst du eigentlich? Echt mal, Gronkh direkt, Gronkh hätte sein T-Shirt aufgerissen, seinen roten Stern gezeichnet, gesagt, Halt die Fresse, weißt du, wer ich bin? Ich bin der rote Gronkh. Hast du eigentlich schon mal was von der Rotfront gehört, du Bastard? Du Bastard, ey. Weißt du, nee, und das Traurige ist, ich bin mir sicher, dass das, also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass er nicht gesagt hätte, ich bin die Rotfront, du Bastard, aber ich weiß nicht, es sind alles, wir bewegen uns komplett im hypothetischen Raum, also. Ja, es ist alles Hypothesis, alles ist wirklich in diesem Bild, in dieser Welt. Aber eins bin ich mir relativ sicher, der hätte jetzt nicht gesagt, ey, was macht Brandmenschen eigentlich hier, keine Ahnung, ob man die jetzt da auch zeigen muss, das wäre nicht passiert, weil das ist einfach nicht Gronkh, Gronkh ist einfach so der Papa-Bär, der für die Rechte aller steht und der vielleicht dann das auch als Opening gesehen hätte, um dann da ein bisschen mehr zu machen in Zukunft und da müssen wir hinkommen und anstatt das gemacht zu haben, haben wir dafür gesorgt, dass uns Leute scheiße finden, die eigentlich komplett auf unserer Seite stehen, die einfach, wenn man mit den Leuten sprechen würde, wenn man sich die Zeit nehmen würde, mit denen zu quatschen, dann würden die dir in allem zustimmen, was du so in dir hast, ne? Sag mal, wie sieht denn das ja nicht aus mit Transrechten? Sollten die eigentlich so die gleichen haben wie du? Ja, natürlich. Aber wir sind gar nicht an den Punkt gekommen, über genau das zu sprechen und das ist so schade, weil die Debatte nicht sein sollte, ist JK Rowling transfeindlich oder nicht? Ja, ist sie. Ende der Diskussion. Die Debatte sollte auch nicht sein, ob sie davon mit profitiert, wenn wir Hogwarts Legacy spielen. Scheiße, die ist ein Milliardärin, der Drops ist gelutscht. So, die wird nicht mehr nicht Milliardärin sein, ja. Scheiße, der Drops ist gelutscht, Alter, ob du das Spiel kaufst oder nicht. So, die Debatte, die wir führen sollten ist, wie können wir gegen diese transfeindliche Dynamik arbeiten und zwar als Gesellschaft, als Gemeinschaft und dafür brauchen wir Mehrheiten und dazu brauchen wir Gronkh und der ist ja dabei. Aber wir haben zum Glück, aber wir haben viel getan, dass das eben nicht so ist und den Diskurs fast verschoben und fast verloren. Ja. Und das führt, das Vogue. Und das ist in deren Wahrnehmung Vogue. Ja, das ist aber, du hast es gerade sehr gut gesagt, es sind diese Debatten, die in die Öffentlichkeit gezogen werden oder die in der Öffentlichkeit stattfinden, die damals in Parteihinterzimmern stattgefunden haben, um sich zu positionieren. Ja. Und nicht eine Positionierung sind, sondern um herauszufinden, wie die Positionierung ist. Ja. Ja, das ist alles, das ist alles nicht mehr da und das wird alles, das ist auch, das ist auch der, 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 die größte, das größte Problem bei Social Media, auch wenn Sascha Lobo sagt, Social Media ist eigentlich eine gute Sache, muss ich hier mal ganz kurz sagen, ja, nee, eigentlich nicht. Sascha Lobo, ganz kurz an dich, ne? Ja, also ich hab das nicht alles gelesen, aber Free Palestine. Ach du Scheiße. Das ist, also es ist auf jeden Fall, ich hatte, der Grund, warum ich das sage, ich hab gestern diesen Experten, also ich hab gestern hart aber fair geguckt. Oh Gott, ich hab nur gehört, dass es, dass es, dass es unglaublich, unglaublich cringige Momente gab. Ja, es gab ein bisschen komische Momente, gerade am Anfang, als Sascha Lobo erklärt hat, warum Brokkoli als Synonym für Marihuana steht und er es falsch erklärt hat. Einfach. Moment, wie, wie, kann man das verkacken, Alter? Ja, weißt du, warum, was ist die, also, äh, was ist die, was, was würdest du jetzt darauf antworten, warum, warum im, im Volksmund, es, es, es gab es ein Event, das dazu geführt hat, dass im Volksmund Brokkoli, äh, für, für, für Marihuana steht oder für Cannabis konsumt. Faktor, I know, hat das irgendeine tiefere Ebene, als es auch eine grüne Pflanze, die krümelig wird, wenn man die grindet? Ne, 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 es gab den, also interessant, interessant, also es gab diese Drogenbeauftragte, die Frau Ah, stimmt, Marihuana ist kein Brokkoli. Frau Ludwig oder so, genau. Genau, und Marihuana ist kein Brokkoli, es gab diesen Moment, 2000, 19 oder 2018, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht so lange her. War das die, Marihuana ist illegal, weil es verboten ist? Ja, genau, Marihuana ist ja auch kein Brokkoli, so, und das war dieser Moment, wo diese Bewegung, wo, wo das angefangen hat, so. Ah, genau, ja. Ja, und was glaubst du war die Erklärung von Sascha Lobo? Boah, Alter. War es die Erklärung, meinst du, meinst du, könnte man meinen, also es war nicht die Erklärung. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich da, also wenn ich, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, weil, weil die Person, die das ins Leben gerufen hat, damit eigentlich Israel ausrotten wollte und ein Antisemit ist. Nee. Bei Sascha Lobo derzeit würde ich einfach schätzen, dass das die Erklärung ist. Nee, nee, leider nicht. Okay. Also, leider, nicht so konkret, also nicht richtig getippt. Okay. Der Grund, warum, der Grund, warum, das ist wirklich komisch, also er saß, er saß da und hat dann philosophiert, er wollte den älteren Zuschauern vom, also kurzer Kontext, er wollte, da wurden sehr viele Fachbegriffe benutzt und TikToks und so, und er wusste ja, ah, der AD-Zuschauer, der rafft das nicht, die sind ja alle ein bisschen älter, also hat er, hat er so ein paar Analogien gemacht. Ja. Und erst, und dann kam er bei Brokkoli an und hat gesagt, ja, der Grund, warum der FDP-Politiker, den wir hier gerade zu Gast haben, auf TikTok mit dem Brokkoli rumläuft und so tut, als würde er sich den anzünden, ist ein Emoji. Weil in WhatsApp benutzt man für Cannabis das Emoji Brokkoli und das war seine Erklärung. Und ich saß da, legit, und dachte, Sascha Lobo, Digga, du bist zu viel auf WhatsApp. Du bist viel zu viel auf WhatsApp. Wenn wir nicht alle Hogwarts Legacy spielen und Sascha Lobo boykottieren. Ganz, 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 ganz wild. Aber, aber der, also das, ich hab das gestern gesehen, der hatte viel zu viel Redezeit, ich hab, also da waren sehr viele stabile Leute dabei. Du kannst es dir gerne mal angucken, ist wirklich eine Guckempfehlung, ne, schau dir das gerne mal an. Ich hab nur irgendwas, hab ich gehört, aber ich hab's nur gehört, ich hab's auch nicht verstanden, wollte auch nicht nachfragen, weil dafür war's zu spät, dass irgendein Moment war, wo Alex gesagt hat, dass er sich als 15-Jährige auf Knudels angemeldet hat oder so. Ja, genau, das hat er auch. Dass er auf die Probleme von der Social Media in der Vergangenheit, wo Knudels als Raubplattform für Pädophile genutzt wurde. Ja. Weil sie da minderjährige Mädchen gegroomt haben und so einen Scheiß. Ja. Ähm, das ist, äh, das ist so ein bisschen der, das ist, aber das, ich guck es dir einfach an und, ähm, denk an mich, wenn er, wenn der Sascha Lobau erklärt, warum Brokkoli mit Cannabis in Verbindung gebracht wird. Ganz komisch, ganz, ganz komische Erklärung. Ja, wow, wow. Was aber auch ganz komisch ist, und ich will da eigentlich, also ich will das einfach mal sagen, weil, ähm, es irgendwie in, in der Warn, also in der Bubble, in der ich unterwegs bin, natürlich nicht so thematisiert wird, weil wir zu Recht auch mit dem Personenkreis, äh, abgeschlossen haben, in dem es passiert, äh, und mit der Person, aber, ähm, hast du einen, hast du den, ähm, ich nenne es mal Mental Breakdown Moment von Shoyoke auf, auf Social Media mitbekommen? Den Letzten? Den Letzten? Den Letzten, ich bin da nicht so drin, aber selbst das hab ich, den Einschlag hab ich sogar in meinem, äh, Heider Bio-Swing gespürt, also das war, äh, das war anscheinend sehr verrückt, ähm. Wenn du's nicht mitbekommen hast, kann ich dich auch direkt abholen. Bitte hol mich ab, ich hab's nicht mitbekommen. Und zwar, und zwar hat sie, ähm, hat sie, äh, nach dem, also, vielleicht hast du das mitbekommen, dass, äh, Hand of Blood ein Spiegel-Interview gemacht hat. Ah, ja, 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 wo, wo sie, wo sie dann, ähm, sich... Wo sie thematisiert wurde. Ja, 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 ja. Und er sich distanziert hat. Ja, ja, das hab ich mitbekommen. Und ziemlich deutlich eigentlich. Und, äh, und das hat er so nachwehen, ich hab das nicht mitbekommen, das hab ich nicht mitbekommen, aber ich hab dieses Spiegel-TV-Interview mitbekommen. Und ich hab mich gefragt, Alter, ganz schön, also, das ist ja ein Medium, das lesen ja deutlich mehr als der ein oder andere Typ aus seinem Chat, ne, also, das ist schon krass. Ja. Und, ähm, diese Distanzierung, muss man sagen, auch wenn sie sehr formell ausgewählt, äh, ausgedrückt wurde und sehr, naja, nicht, nicht, nicht hart, zumindest, möchte ich sagen, ist trotzdem eine Distanzierung. Und, ähm, was dann passiert ist, ist halt so, okay, das, äh, also, das sind wieder so, weißt du, das sind wieder so Vorwürfe im Rahmen. Raum, kennst, die kennst, du kennst die Strategie, Vorwürfe im Raum, die nicht genau erklärt sind, die dann aber irgendwo stehen und auf einmal, äh, wird nicht genug gesagt, als dass man, um herauszufinden, was damit gemeint ist. Und, äh, es ist vollkommen crazy eigentlich, dass jemand sowas hat. Das ist jetzt so vage jetzt, also nicht mal ich verstehe, um was es geht. Genau, und, äh, sie, ähm, hat dann, äh, zu Social Media geführt und hat gesagt, ähm, Spandau war ein Fehler. Genau. Und das dann so, okay, alles klar, ja gut, das ist ein, das ist halt ein Mental Breakdown, kann man haben. Das ist schon sehr vage. Übrigens, ich will, ich will, ich will es noch ganz kurz sagen, ich will es noch ganz kurz sagen, bevor, bevor da jetzt, bevor da ein großer Deal draus gemacht wird. Ja. So, man, so, dieses Breakdown und Meltdown, das ist, das ist wohl irgendein, irgendetwas, das, das, das Autismus, das Menschen im Autismus-Spektrum haben können, wenn sie von äußeren Einflüssen überfordert sind. Das meinst, ich bin, ich kenn's der jetzt lange genug und auch ich. Ja, wir reden hier nicht von Autismus-Breakdowns oder sowas. Das ist damit nicht gemeint, das ist jetzt hier keine Diagnose, die gestellt wird. Das ist, das ist ein normaler gesellschaftlicher Sprachgebrauch. Okay, also, ich will es nur sagen. Ja gut, danke, 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 dass du, ich werde versuchen, mich, ich werde versuchen, das nächste Mal diese Erklärung mit anzuführen. Ähm, auf jeden Fall, das ist gar nicht das Ding, das ist, das, das, das habe ich nur gelesen, dachte mir, ja. Ja, aber Spandau, was war, Spandau war ein Fehler? Ja, aber das ist ja, das ist ja so vage. Ja, das ist, egal, der nächste Satz hat mich ein bisschen, der, der war dann konkret genug, dass ich gesagt habe, holy fucking shit, ja. Der war, ähm, sie rät allen Frauen dazu ab, das zu meiden. Was zu meiden? Spandau zu meiden? Ja, ja. Sie, 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 äh, sie rät wohl allen Frauen dazu, da nicht hinzugehen. Und da dachte ich mir, Bruder, äh, das ist schon wieder, also, das, das finde ich ein bisschen, okay, was, warum? Was, wegen, wegen was? Wegen, was wird da mit Frauen in Spandau gemacht? Was ist damit gemeint? Wer ist beteiligt? War ja selber lange in Spandau, ich weiß, wüsste auch gerne, was da. Was ist damit, nee, wirklich, was ist damit gemeint? Das war wieder so ein, okay, alle Frauen da werden, was, was, es kann ja alles bedeuten, reden wir von emotionalem Missbrauch, reden wir von Missbrauch, reden wir von, die werden ausgebeutet, werden in irgendwelche Zimmer gesperrt, werden die, was, was passiert da, was, was passiert, was, was, was ist damit gemeint? Ja. Was ist, I don't know, ja, we don't know, I don't know. Willkommen, das ist der, das ist der Cluster, das ist der neueste Clusterfuck. Moment, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Nee, das war, das ist alles, was mir, das ist alles, was ich da, äh, vernehmen konnte. Also, du kannst gerne nochmal, Eden, äh, ich, ich bin jetzt nicht, ich, ich hab das, äh, so schnell wie möglich, hab ich das versucht zu verdrängen, ähm, um, ums, ums, ums nicht weiterzumachen, aber es war halt ein Einschlag, bei dem ich dachte, Digga, was, du kannst doch nicht, kann man doch, kann man doch, man kann doch nicht sowas. Man kann doch nicht sowas sagen. Ohne eine Erklärung, was genau der Zusammenhang ist, geht's um, warum geht's um Mental Health, geht's, was geht es hier, ist irgendwem was angetan worden, geht's darum, dass jemand sich unfair behandelt fühlt, was ist es? Und das ist, äh, nicht, äh, I don't know, dass, das, das, die Aussage ist, und das kann man wohl noch nachgucken, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Aussagen, ähm, deleted wurden, äh, geh, Frauen sollten nicht nach Spandau gehen, das ist, äh, keine gute Idee. Also, ich drücke es jetzt nicht, ähm, eins zu eins so aus, sondern ich drücke es jetzt so aus, wie es, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, ich lese, also, ich, ich, ich lese gerade, mein größter Fehler war Spandau, ich habe keine Lust mehr, mich einschüchtern zu lassen, yay, let's go, hat alle noch drauf auf den Goldesel, den alle fallen lassen haben, schiebt euch euren Feminismus sonst wohin. Ich kann anderen weiblichen Influencerinnen nur raten, geht nicht dorthin, ihr werdet es bereuen, trust me. Ja. Da haben mich so viele Leute davor gewarnt, aber ich war verliebt und blöd, don't do it. Ja. Ja, und was, warum? Also, keine Ahnung, warum? Oh, damit machst du... Gab es noch eine Erklärung? Nein, ich sehe jetzt hier keine, aber da machst du halt ein Fass mit auf, was, äh, sehr viele, sehr viel Raum zur Mutmaßung offen lässt, ne? Ja, und ich dachte, Alter, du kannst doch nicht, also, 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 ich meine, wir sind ja, wir sind, wir stehen ja eh außen, würde ich sagen, bei dieser ganzen Scheiß, und Gott sei Dank, ne, denn die Auswüchse, die das annimmt, sind ja katastrophal, ne, ist vollkommen katastrophal, aber fuck me, Digga, du kannst doch, du kannst doch nicht so viel Interpretationsspielraum übrig lassen, weil das bedeutet ja alles, das bedeutet gezielte Manipulation. Das bedeutet Ausbeutung, das bedeutet, ähm, dass die sich da, äh, dass die sich da, äh, darauf, was haben die gemacht, was, was ist da, was, was meinen, was ist damit gemeint? Ich persönlich glaube auch, also, ich bin wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich, wo ich sagen muss, ich, oder das ist, wie kann man da nicht überfordert sein, ne? Also, ich, ich selber, ich selber, wie gesagt, ist keine Wertung, dass, dass alles, was, ähm, 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 Pia jemals gesagt hat, richtig gewesen ist, weil dafür habe ich eigentlich auch viel zu wenig davon gehört, also, überhaupt nichts. Und ich will das auch gar nicht bewerten und werten und so, ist überhaupt nicht meine Aufgabe, aber was daraus gemacht wird, ist ein, so, ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Tweet, ne, das ist ein Tweet, den, so, in meinen Augen sollte man den nicht, sollte man den nicht so machen, weil er viel zu viel Raum zur Interpretation offen lässt. Absolut. Und das auch bewusst. Und das, äh, das, das, das ist eine Mutmaßung, keine Ahnung, äh, es ist ja gut möglich, dass hier so eine Scheiße passiert ist, die sie einfach nicht ansprechen möchte und, äh, das, das, äh. Ja, aber genau, das ist doch das Ding. Es ist so eine Scheiße passiert, die, die man nicht ansprechen möchte, aber man möchte sie vage genug formulieren, um Raum für die Anschuldigung zu lassen. Und das ist etwas, das macht man nicht Affekt, das ist keine Affekthandlung. Besonders, wenn der Tweet noch da ist. Kann, 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 ja, den letzten Punkt, den verstehe ich, dass, äh, dass man da, also, dass man, dass, dass zu lange steht für einen Affekt, aber auf der anderen Seite muss man die Dynamik sehen, wie da gegenarbeitet. Und das ist, fucking Gott und die Welt stürzt sich da jetzt drauf und versucht da jetzt irgendwie wieder auf, auf, äh, Shoyoka rumzuhacken. Und ich bin, ich bin, ich weiß, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was da jetzt der, die richtige Herangehensweise ist, weißt du? Weil, auf der einen Seite denke ich mir, okay, das, das, also, das muss aufhören, das muss irgendwie aufhören, das muss aufhören, dass der Mensch von allen Seiten beladen wird und dass man jeden Satz 15.000 Mal rumdreht. Ähm, und, keine Ahnung, ich bin mir, warte mal, ich hab's nicht, ich hab's wirklich nicht mehr bekommen, weil ich da, aber gibt's dazwischen schon ein Kuhn-TV-Video? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja, Shoyoka versus Spandau-Bubble, 5 und 19 Stunden. Ja. Überraschung. Ja, Überraschung. Es ist... Überraschung. Na, fuck, Alter. Weißt du, wie ich mich, soll ich mal eine ehrliche, also ich, wir reden da ganz oft drüber, aber ich versuche mal eine ehrliche Analogie dazu zu machen. Ja. Weil ich glaube, das, äh, das, das gibt ein besseres Gefühl dafür, wie, wie ich mich in dem Moment fühle. Ja. Kennst du das, wenn du in der Schule, also ich mach mal jetzt nur das Allgemeine, kennst du das, wenn du jemanden, äh, wenn du jemanden in der Vergangenheit in deinem Leben gehabt hattest, ähm, den du entweder aus dem Freundeskreis kennst oder aus Bekanntschaften, der dich übel scheiße behandelt hat oder wo es ein Ereignis gab, äh, wo er dich, ähm, übel, also, dass sie einfach als negativers Highlight in deinem Leben im Kopf geblieben ist. Ja. So, das passiert, das ist irgendwie passiert und dann hast du Jahre später, Jahre später siehst du die Person, äh, sich einen Heroinschuss setzen, äh, auf der Straße mutmaßlich obdachlos und du bist von einem Gefühl von Verachtung und Mitleid konfrontiert. Ja. So fühle ich mich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema, das ist so, das ist, so fühle ich mich. Das ist mein, so habe ich, so, das ist ein Gefühl, wo du auf der einen Seite denkst du, eigentlich müsste man der Person helfen, auf der anderen Seite denkst du, ich werde es aber nicht machen. Ja. So, so, und das ist so mein, das ist so meine, das ist so mein Dings und das ist, also tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich kämpfe ich da regelmäßig auch und das sage ich einfach mal ganz transparent, ich denke man, ich denke, das ist auch eine, du wirst das verstehen sicherlich, ähm, regelmäßig kämpfe ich da gegen, ähm, gegen dieses, äh, dieses Gefühl von Karma is a Bitch, weißt du? So, so, ich, ich, ich denke so, boah, Alter, Karma, ne? Und dann denke ich mir, aber eigentlich, das darf ich nicht fühlen, so, das ist gemein, weil das ist zu drüber, oder? Und dann denke ich mir wieder, nee, es ist eigentlich nicht zu drüber. Und diesen Austausch habe ich mit mir, den habe ich mit mir jedes Mal, wenn ich mit diesem Thema konfrontiert bin. Einfach nur, weil ich darüber nachdenke. Ja. So, habe ich die ganze Zeit. Und dann, ähm, boah, ich bin... Aber darum ist es umso besser, dass ich mich nicht, dass ich mich nicht so intensiv damit beschäftige, ähm, weil das ist ja, da willst du auch einfach nicht mit zu tun haben. Du willst es einfach nicht machen. Aber das ist so, das ist so der, das ist so, das ist, das ist what I'm feeling. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich, mein, wo ich, wo ich, wenn ich, also wenn ich ganz offen drüber sprechen würde, dann denke ich mir, dass da, ähm, dass mit diesem Menschen im letzten Jahr so viel gemacht worden ist, dass der Platz in der Öffentlichkeit, ähm, derzeit nur schadet. Und dass, ich glaube, so unfair wie das ist und so scheiße wie das ist, dass man da eine Aufarbeitung benötigt. Weil ich denke, dass da, dass da, ähm, Experten, ähm, das, das mit verarbeiten müssen. Ich glaube, das meine ich jetzt nicht mit dem Motto, nach dem Motto, Jouka ist krank und deswegen ist das passiert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie wird in eine Situation gedrängt, wo sie, wo sie jetzt einfach Hilfe benötigt und ich hoffe, dass sie die findet. Und, äh, dass sie, dass wir irgendwann nochmal an den Punkt kommen, dass wir sagen, ey, guck mal, die macht halt ihr Ding, aber nicht jedes Mal, wenn sie ihr Maul aufmacht, kriegt sie 15 Kuchen-TV-Videos um die Ecken. Weißt du? Das wird aber nicht aufhören. Also, außer sie hört auf. Na, man weiß ja nicht, man, 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 keine Ahnung, wie die, die damit aussieht. Ich meine, die Intention dahinter ist ja offensichtlich monetär. Ja, ja. Also, jetzt auch mal, müssen wir auch mal einen Tag alles sprechen. Das ist ja, das wird ja offen kommuniziert. Naja, klar. Von allen, von allen Seiten, da gibt es ganze Jouka Archiv-Accounts, die das nur machen, die gesamte Existenz darum aufgebaut haben. Das kann man mittlerweile sagen. Unglaublich, dass sich das so entwickelt hat. Aber es gibt Akteure, deren Existenz darauf aufgebaut ist, dass da so ein Video gedoppt werden kann, dass dazu eine Reaktion gemacht werden kann, dass dazu was gesagt werden kann. Und das ist, ja. Ja, das ist, da passt der Begriff Goldesel. Ja, absolut. Für die wird da, für die ist Jouka ein Goldesel, die macht ja Maul auf. Und ich mache ein Video, dann ist 15 Reactions dazu. Dann mache ich selber eine Reaction zu all den Reactions. Reactions und das brinnt. Und dann hast du einmal 5000 Euro verdient. Ja, nicht nur. Also, das wird dann wahrscheinlich sehr viel mehr sein als 5000 Euro. Und dann hast du dann gigantischen, gigantischen, eine gigantische Maschinerie an Klagen und Justiz und Anzeigen und Abmahnungen und so. Und damit wird Jouka auch beladen. Ich, ey, keine Ahnung. Ich persönlich, ich habe dieses, boah, keine Ahnung. Ich bin, ich bin am Punkt, wo, wenn ich das mitbekomme, frage ich mich eigentlich immer nur, why und wie konnte es soweit kommen? Was ist da passiert, Mann? Ja, krass, ja. Was ist da passiert? Weil da ein Gaming-Preis gewonnen worden ist, oder was? Oder weil wir, oder weil wir bei... Nächstes Jahr übrigens für mich abstimmen. Ja, ja. Ich werde dich nominieren, du Bastard. Ich werde dich da richtig... Ich mache dich berühmt, Digga. Ich werde dich da richtig schön in die Scheiße reiten. Oh Gott, ja. Aber weißt du so, da geht es ja, es geht ja gar nicht mehr um Inhalte. Da geht es ja, da weiß ich, wenn es jemals um Inhalte ging, dann habe ich das irgendwie verpasst. Aber es gibt es spätestens jetzt, muss man irgendwie so fair sein zu sagen, oder so aufrichtig sein, es geht nicht mehr um Inhalte. Das hat damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Es geht nur noch um monetären Erfolg. Es geht nur noch darum, dass wenn du Shuyuka im Titel stehen hast, dann hast du eine bestimmte Zuschauerschaft, die die Welt brennen sehen möchte. Und die die Frau brennen sehen möchte. Und deswegen wird das bedient. Ich bin da echt ein bisschen überfordert mit. Und wenn ich damit als Unbeteiligter irgendwie überfordert bin, würde ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei anderen ist. Und dann... Ach, crazy. Crazy. Ja. Allerdings, allerdings. Das ist zu Recht crazy. Alles darum. Und... Man hat ja nicht mal... Also bei dem klassischen... Naja, was heißt klassisch, ist das ja gar nicht. Darum erwähne ich es jetzt einfach mal. Bei den klassischen Auseinandersetzungen zwischen Influencern, weißt du, so dieses auch schon extreme Mimi-Apo-Rap-Ding, ne? Da stehst du an der Seitenlinie und hast so ein bisschen dein Popcorn in der Hand und machst einen auf Unterhaltungsaspekt. Ja. Aber das hast du ja... Aber das hast du ja... Das habe ich ja hier gar nicht. Also das hat... Ich weiß nicht, was für eine gestörte Person du sein musst. Also wirklich, jetzt mal real talk. Was bist du für ein kaputter Mensch? Was ist mit dir immer falsch gelaufen, wenn du das Gefühl da hast, in diesem Augenblick? Ja. Das ist ja nur noch komplett... Das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja, aber das Phänomen hast du ja überall, ne? Also was ich mich gefragt habe, ist, so real talk, mach jetzt ein anderes Thema auf, ne? Und ich habe noch keine Ahnung, wie du drüber denkst, aber ich hoffe, dass wir... Also ich hoffe, dass sich da nichts verändert hat. Ansonsten schieße ich dir jetzt ins Getriebe. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße. Könnte ach du Scheiße werden. Aber präventiv möchte ich schon mal sagen, falls das jetzt ein Oh-Shit wird, ey, keine Sorge, das ist nur Satire, was ich hier sage. Das ist alles Satire. Wie können wir eigentlich einen verurteilten Sexualstraftäter, wo wir uns vor einem halben Jahr alle einig drüber gewesen sind, dass wir die Finger davon lassen sollten, wie können wir jetzt da wieder 100.000 Reactions und Aufarbeitungsvideos aus monetären Gründen hochladen und zu der Erkenntnis kommen, dass eine Person, deren gesamte öffentliche Existenz aus Lügen besteht, mal wieder Überraschung gelogen hat. Also wie kann es fucking sein? Alter, wir sind wirklich Brüder im Geiste. Es ist unglaublich. Ich habe ein Video geladen, wo ich genau dasselbe gesagt habe. Ich habe gerade nicht verstanden, was du meinst, aber als ich gehört habe, wie können wir eigentlich ein Sexual und ich sofort, oh Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das war auch wirklich das erste, das erste ApoRed Video, wo ich genau diesen Standpunkt vertreten habe, vor drei Tagen oder so habe ich dazu einen, weil es auch ja, und das muss man sagen, selbstkritisch, in der Vergangenheit sehr viele Videos von mir dazu gab und sehr viele Leute auch immer zu mir kommen und mich fragen. Darum habe ich ein extra Video dafür hochgeladen und gesagt, kommt nicht mehr. Ja, also bin ich d'accord mit. Weil ich frage mich dabei, welchen Mehrwert ziehen wir da raus, wenn es nicht der eigene Monetäre ist. Also für wen ist das jetzt wirklich eine Überraschung, dass ApoRed doch nicht reich ist? Ja, nee, das ist immer derselbe Scheiß. Und ich glaube, der Aufhänger für mich war nicht nur Carina, sondern es ist auch etwas, was Mimi gesagt hat und das vollkommen korrekt ist, die Carina-Sache kam nur on top. Nämlich, wir müssen aufhören, ihm den Raum zu geben, um relativierenden Content herzustellen, der von diesem ganzen Scheiß ablenkt, weil der einen Sprachfehler hat oder so. Und damit meine ich, diese komische Art hier, der gefährliche Hase und so einen Scheiß oder Doobie-Mubie und was er auch immer sagt, dass er damit eigentlich Content schafft, der das Ganze relativiert, was er getan hat. Und das habe ich verstanden. Das hat ein bisschen gedauert, also nicht ein bisschen gedauert, ich glaube, nachdem ich das gehört habe. Voll okay. Ich stelle mich auch übrigens selbstkritisch da einfach hin, dass vielen Leuten passt das gar nicht und sagen, ja, aber damals und aber jetzt. So ist das halt mit Veränderungen. Dinge erinnern sich, aber ich stimme da vollkommen zu. Ich habe das dieses Mal, als ich gesehen habe, auch gesagt, konsequent, ey, wir können den Scheiß nicht, wir können nicht so tun, als wäre das alles nicht passiert. Weil genau das ist eben das Problem, darauf zielt es ab. Es soll den Eindruck vermitteln, als wäre das alles nicht passiert. Ähm, und es ist nichts Neues, es ist immer der gleiche Aufhänger und, äh, scheiß auf die Connection ApoRed und scheiß auch auf die Connection ApoRed, Leon Machère, so, also, scheiß drauf. Ich persönlich, ich denke mir halt so, guck mal, wir stellen es hin und sagen immer, ja gut, aber wir sollen, und das ist ja auch in Ordnung, weißt du, so voll, ich bin da ja voll, ich bin da ja voll auf Linie, ne? Ja, so, ey, Selbstjustiz ist jetzt eher in den meisten Fällen oder in vielen Fällen eine beschissene Idee und, ähm, das steht jetzt erst mal. Ja, also, da muss man sagen, das hängt immer davon ab, ob du gerade mit einem Kollegen, äh, durch, äh, durch, weiß ich nicht, Sachsen fährst und du siehst Björn Höcke auf der, auf der Gegenfahrbahn, dann würde ich schon Senkrad greifen, muss ich dir sagen. Ja, ja, oder wie, wie dieser Schäferhund, der dir in der Fahrschule davor läuft, was Auto läuft, ne? Ich halte mein Lenkrad gerade und, komm, ist, ist, ähm, äh, aber du weißt, was ich meine, so, da sind Vorwürfe im Raum und ich glaube, dass man da, ähm, dass man da... Das sind mehr als Vorwürfe im Raum. Also, das ist ja jetzt... Nee, ich meine insgesamt, so, wenn da Vorwürfe im Raum sind, dann, dann kann man sich, dann kann man sich den Opfern gegenüber solidarisch zeigen, ohne eine Verurteilung, und einen Täterfokus zu haben, ne? Das geht, ne? Oder einen mutmaßlichen Täterfokus. Hier sind wir darüber einen Schritt hinaus. Hier sind wir jetzt bei einer, bei einer rechtskräftigen, also, glaube ich, rechtskräftigen Verurteilung und einem ganz klar gewonnenen Prozess, also in einem, einer, einer unglaublich seltenen Angelegenheit, wenn wir über Sexualstrafdelikte sprechen. Einem wirklichen, einem sehr seltenen Ding. Und alle waren sich irgendwie einig. Ja, okay, ist krass. Und vielleicht sollten wir jetzt, vielleicht sollten wir dann jetzt einfach sagen, gut, dann war es das mit ApoRed für mich. Und dann kommt dieses Video. Und wir haben jetzt irgendwie 15.000 Videos von Mimi, wo 15.000 Mal klargemacht worden ist. Wenn der Junge seinen Maul aufmacht, lügt er. So, ich weiß nicht, wie oft wir schon darüber gesprochen haben oder schon gehört haben und belegt bekommen haben, dass der Typ, und das ist ja scheißegal, dass der Typ keine Kohle hat. Dann kommt das Video, wo er sagt, ich zeige meine Millionen und meine Autos und meine Immobilien. Und fucking Twitch Deutschland in meiner Wahrnehmung ist so, oh, der allerechte Hase wird jetzt mal wieder seinen, seinen, seinen Geldhasen zeigen und bömmeln sich darüber. Ja, 13.000 Reaction-Videos dazu, alle lachen sich kaputt. Dann hast du 15.000 Aufarbeitungsvideos dazu, wo gezeigt wird, oh, Überraschung, es stimmt nicht. Und ich frage mich, haben wir irgendwie gelernt? Sind wir so in der Lage zu lernen? Können wir nicht einfach irgendwie zu der Erkenntnis kommen? Ja, es ist ein ApoRed-Video und wir haben jetzt alle genug Videos gesehen, die uns zeigen, okay, der wird auch in diesem Video wieder lügen. Und sollten wir dann nicht auch irgendwie den Leuten zuhören, die betroffen sind und die unter dieser Person leiden und dann einfach sagen, weißt du was? Das Video wird jetzt einfach mit 20.000 Klicks dastehen und komplett in der Bedeutungslosigkeit versinken. Genauso wie die Person, die ihr Recht auf öffentliche Partizipierung verwirkt hat. Und dann ist gut. Aber das ist, das ist etwas, also damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ich habe nur die Entscheidung getroffen für mich und damit war es erledigt. Also das, ich weiß nicht, wie es... Weißt du, das gehört, das ist ja das große Ding so. Du bist ein, du bist eine, wenn auch ein großes Zahnrad, aber du bist halt eines der Zahnräder. Und... Ja, aber das... Karl, Digga, du weißt doch, wie es ist. Das ist immer so. Ich habe auch ganz klar gesagt und ich... Vielleicht kannst du dir das Video angucken. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich will gar nicht jemanden dazu auffordern, weil ich habe immer das Gefühl, dass das nach hinten losgeht. So dieser Boykott-Aufrief. Ja, 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 ja. Aber ich will erklären, warum ich das nicht mache. Nee, das habe ich... Ey, um Gottes Willen, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der sich hinstellt und sagt, ach übrigens, die Personen, die das gemacht haben, was seid ihr eigentlich für Frauenfeinde? Nee, überhaupt nicht. Ja, ja. Ganz und gar nicht. Da haben wir einfach draus gelernt. Mir geht es eher darum, so... Wann kommt der Punkt, wo die Erkenntnis... Gar nicht. Gar nicht. Und wenn die Antwort nicht ist, dann so... Naja, die ist nicht... Karl, der Grund, warum sie gar nicht ist, ist, weil es den Leuten nicht um die Menschen geht. Ja. Das ist doch... Hier geht es nicht... Das haben wir aber... Ich hatte das letztens... Ich habe das Carina-Video gesehen. Ich habe dazu auch eine sehr lange Reaktion gemacht. Da war auch der Lebensabschnittsgefährte, der Tom, bei mir im Chat und wir tauschen... Der ist regelmäßig mal bei mir und wir tauschen uns dann über die Videos aus und Carina ist manchmal auch da. Und da ist mir einfach wie... Da hatte ich so ein Ding... Da hat sie versucht, so... Im Fall Apple War hat sie versucht, so ein bisschen zu erklären, warum was nicht gut ist und so. Und mehrere Male habe ich dann gesagt, hey, das ist aber illusionär. Und dann hatten wir so eine schöne Debatte darum, warum was von Forderungen nicht erfüllbar ist. Okay, was wurde da... Hast du da ein konkretes Beispiel? Jetzt nicht, weil ich das nicht glaube, sondern aus dem Fassel? Naja, sie... Beispielsweise wurde gesagt, es wäre ja wünschenswert, wenn bevor eine Reaktion auf dieses Video gemacht wird, dass die betroffene Person, die das veröffentlicht hat, gefragt wurde vorher. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja illusionär. Die Leute machen das ja nicht. Also, dass jemand, der eine Reaktion macht, vorher bei irgendjemandem auf Social Media fragt, das ist ja eine... Den Zugang haben ja die meisten auch gar nicht. Das ist ja illusionär. Und dann wurde mir erklärt, warum... Also, dann hat Tom mir auch erklärt, ja, das ist... Wir wissen, dass das utopisch ist, also nicht utopisch ist, aber anspruchsvoll, eine anspruchsvolle Forderung. Aber es ist trotzdem wichtig. Und ich dachte, ja... Und dann sind wir in so eine Debatte gekommen, bei der es dann an den Punkt kam, an der klar war, warum das auf der einen Seite eine Forderung ist, die ich nachvollziehen kann, auf der anderen Seite aber nicht funktionieren wird. Weil es den Leuten, die darauf reagieren, nicht um die Menschen geht, die es betrifft, sondern um den Content Recycle, den Content, der da entsteht. Weil alles, was gerade gesellschaftlich im Internet debattiert wird, und das meine ich gar nicht negativ, weil ich bin Teil dieses Systems, ich mache das auch. Es geht nicht um die Menschen. Es geht darum, dass etwas zum Thema ist, worüber man sich unterhält. Nicht, dass man das tut, weil dem Menschen einem das wichtig ist, sondern man macht das, weil das gerade zur Debatte steht. Und dann sagt man seine Position dazu. Und dann geht man zum nächsten Thema, das gerade zur Debatte steht. Und die Vorstellung also zu sagen, und das schließt an das an, was du sagst, die Vorstellung also zu sagen, da werden irgendwann Leute kommen, wann haben die es endlich verstanden? Karl, die verstehen das. Aber denen ist das scheißegal. Denn hier geht es ja um den Content. Hier geht es darum, dass ein neues Video ist und irgendjemand kommt in den Chat und sagt, hey, du musst unbedingt darauf reagieren. Und sowas passiert mir ja auch. Der Anzeigenhauptmeister, selbes Spiel. Rausgekommen, du musst darauf reagieren. Das passiert, das ist doch ganz normal. Das ist die Normalität der Contentverarbeitung im Internet. Was denkst du nur zu dem? Was denkst du nur zu dem? Und das ist eine Erkenntnis, mit der ich mehr oder weniger vollkommen sinnmäßig abgeschlossen habe. Die Leute tun diese Dinge, von denen du oder über die wir uns unterhalten, nicht wegen der Menschen. Die treffen ihre Entscheidung nicht, weil das gut oder schlecht für die Menschen ist. Die treffen diese Entscheidung, weil es gerade eine Debatte ist, die aktuell besprochen werden kann. Weil man daraus einen lullkeckigen Kommentar machen kann. Weil man selber zeigen kann, dass das doof ist oder dass das cool ist. Und dann zieht man weiter. Und die Erwartungshaltung dann zu haben, warum haben die das getan und warum haben die sich nicht damit richtig beschäftigt? Ja. Darum ging es gar nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist bei den meisten, bei den meisten Themen ist das wahrscheinlich auch etwas, wo man, wo man, wo man nie eine Lösung finden wird. Also nie. Dennoch war ich überrascht bei ApoRed. So, weil da alle Checkmarks irgendwie erfüllt sind, die man so abarbeitet im Kopf, wenn es, wenn es darum geht, jemanden einfach nicht mehr zu behandeln. Weißt du, da, bei dem wurden wirklich so alle Dinge erfüllt. Nee, gar nicht. Glaubst du wirklich, dass es irgendjemanden gibt, für den das eine Überraschung ist, dass der Bullshit labert? Nee, gar nicht. Gibt niemanden. Aber darum geht's ja auch nicht. Die wissen das. Die Leute wissen das. Mir ist das ja auch vollkommen klar. Ja. Aber sie sind nicht bereit. Und das ist halt, das ist halt so ein Ding. Da geht's halt dann auch wieder um Geld. Die Leute sind nicht bereit. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hab tausende Euro mit ApoRed-Reaktionen verdient. Ja. Die Leute sind nicht bereit, da Abstriche zu machen. Und ich bin nicht derjenige, der sie dafür verurteilt. Ich bin derjenige, der eine eigene Entscheidung trifft. Ja. Und die begründet. Und wenn ich die gut genug begründe, dann kann der ein oder andere vielleicht sagen, oh ja, find ich cool, ich verstehe, würde ich auch nicht mehr machen. So, das war's. Ja. Ja. Den Rest, da ich teile das Systems bin und auch in der Zukunft immer wieder solche Sachen passieren werden. Da mach ich mir nichts vor. Ähm. Ja. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich halte es auch. Ich bin ja, also ich hab jetzt nur, um das klar zu machen, ich hab mich nicht öffentlich hingestellt und gesagt, ey, wenn ihr dieses Video guckt, dann sind wir Feinde. Das hab ich nicht gemacht. Also, weißt du, auch ich war, ich war jetzt nicht, ich war, ich war überrascht, ohne überrascht zu sein. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Verstehe ich. Also, ich war, ich war, es hat mich nicht überrascht, dass, äh, dass, äh, Gott und die Welt das, das durchreaktet und, und, ähm, in der großen, in der großen ultimativen, jetzt aber wirklich endgültigen Erkenntnis, die erzählt, dass das Falschgeld ist, sondern ich hab, ich war so, wow, okay, wir haben's, also, es ist immer noch, es scheint immer noch eine Überraschung zu sein. Und dann, ist es nicht. Es ist einfach nur Lollkick. Es ist Content, ja. Es ist nur Content, es ist nur Content. Ja. Boah, das muss richtig scheiße, es muss richtig scheiße sein für Carina. Und für, für... Boah, das weiß ich, das, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, sie macht diese Woche noch ein Update. Also, ich hab, äh, erst kürzlich, ähm, wie gesagt, da einen Austausch gehabt. Und es kommt wohl diese Woche jetzt noch ein Update-Video. Ja. Zu einem neuen Prozess, also zu was, was Prozessrelevantem. Ja. Und das werden wir dann nochmal erfahren. Ja. Wow. Ne, ich denke mir nur so, wenn du, wenn du halt irgendwie so, keine Ahnung, wenn, wenn dich das halt sehr, sehr lange beschäftigt und dich auch einiges an Kohle und, und, und Zeit gekostet hat, ne, und du dann permanent irgendwie immer noch weiter mit deinem Peiniger konfrontiert bist und dann realisierst, ja, okay, jetzt hab ich das gewonnen, jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ich an dem... Ja, hat aber keinen Einfluss darauf, ne. Jetzt bin ich da und ich kann das sogar belegen und ich kann das beweisen und jetzt wird doch endlich und dann macht der ein Video, wo der in fucking Dubai sitzt und, ähm, und wieder die gleiche Scheiße erzählt, die er schon immer erzählt und alle so, wow. Ich weiß, ja, I don't know. Vielleicht hab ich da, wie gesagt, vielleicht sind meine Erwartungen da zu hoch. Vielleicht, vielleicht muss ich mir einfach klar darüber sein, dass, ähm, jedes Mal, wenn ich überrascht bin, ohne überrascht zu sein, dass ich dann einfach nicht überrascht sein sollte. So, weißt du? Aber, naja. I don't know. Keine Ahnung. Vielleicht, maybe, vielleicht ist dein Weg einfach der richtige. Vielleicht sollte man einfach selber das Richtige tun, erklären, warum man's macht und dann gucken, was dabei rauskommt. Genau. Also, das Problem ist, äh, wir haben zu oft gesehen, dass der aktivistische Ansatz diesbezüglich nach hinten losgeht und, ähm, ich sehe das ja auch und darum denke ich, dass es mehr Sinn macht, eine Erklärung zu machen und die Leute dann einfach ihr eigenes Ding durchziehen zu lassen, wenn es nicht komplett menschenfeindlich ist, ja, was man hier debattieren könnte, ja. Ähm, dann gerne, gerne, aber, äh, äh, ich sehe hier keinen, ich sehe hier keinen Ansatzpunkt, der irgendwas besser machen kann. Nee, was willst du denn da inhaltlich debattieren, ne? Also, da wird's ja keinen geben, der, der sich mit dem Thema beschäftigt, der, der dann sagen wird, nee, also ich war wirklich ernsthaft daran interessiert, ob der vielleicht wirklich Milliardär ist. Wird's ja nicht geben, ne? Oder, oder, da wird's ja auch niemanden geben, der, 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 der sagt, nee, also ich bin ja, ich war schon gespannt, ob der das vielleicht beweisen kann, dass der, dass der... Zumal du, zumal du auch eine gegenteilige Reaktion hervorrufen kannst und das muss man sich auch immer klar machen. Ja. Wenn du diesen Cancel, also, äh, berechtigten Cancel-Ansatz, und ich hab das auch in meinem Video gesagt, ApoRed ist eine Person, die man cancelt kann und darf. Ja. Ähm, wenn man das macht, dann könnte man eventuell an den Punkt kommen, an dem Widerstand kommt, äh, von irgendwelchen verstrahlten Leuten, die sich dann dazu bemühen, Solidarität mit ApoRed auszustrücken. Und an dem Punkt sollte man nicht kommen. Niemand sollte sich solidarisch mit ApoRed stellen. Niemand. Außer ApoRed, außer ApoRed selbst und sein verstrahlter Freund, äh, äh, Leon Mascher, der zu Weihnachten mal wieder ein Video macht. Ja. 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 Wo wir uns alle schon diesen, diesen Dezember wieder drauf freuen werden. Naja, also für, für mich ist der Drops ja gelutscht jetzt. Ja, für mich ist der Drops auch gelutscht. Ey, vielleicht würde ich mir, vielleicht kann Carina ja mal sagen, wie sie sich, äh, wie sie sich da einfach fühlt. Ja. Ja, na, also die Carina-Videos, ähm, äh, die Carina-Videos und vielleicht auch Mimi-Video dazu ist immer noch eine relevante Sache, weil das immer themenbezogen ist. Ja. Und auch eine sehr gute Debunking-Dings, äh, Situation ist. Aber, ähm, die Ursprungs-Videos hier so auf, äh, guck mal meine Gardinen, guck mal mein Auto, guck mal meine Millionen, das ist durch. Das ist einfach durch. Gibt mir nichts. Warum auch? Ja, warum auch? Surprise, surprise. So, kein Millionär. So, dann lass uns mal an den Punkt kommen, an dem wir hier, äh, die Segel streichen. Heute, äh, das hab ich dir schon gesagt, ne, also 21, ja, das ist für euch relevant, das sag ich dann gleich nochmal. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wir sind ein bisschen drüber. Und, äh, danke dir, Karl, fürs, äh, Zeithaben. Ich danke dir. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Alman Arabica. Ja, und, äh, ja, Karl, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ansonsten mach ich auch aus. Tschüss, Ikowski. Ja, tschüss. Tschüss.